hallo leute ich bin es wieder so leute da sind wir auch schon wieder ich habe drei minuten zeit ich weiß jetzt nicht warum aber egal diese drei minuten spiel mir hier und let's go biatcha diese runde nehme ich jetzt auch weil das jetzt wahrscheinlich meine letzte runde sein wird ja genau als ob digger let's go wir dringen jetzt in your baseline wenn diese runde müssen wir noch gewinnen grande finale ja so geht das doch ja noch einen getötet diese runde läuft nur mein team läuft nicht so jünger was schluss mit dem oh god okay Wenn wir das verlieren, dann sage ich, das ist das Team. Ich habe hier in der Base die ganze Zeit abgeknallt. Ernsthaft? Ich habe hier in der Base. Okay. So, das müssen wir doch gewonnen haben. Wenn nicht, dann ist das sehr böse. Ich habe verloren. Ich muss die Aufnahme jetzt spenden. Ich würde sagen, tschau Leute, alles in ein... Let's go! Die letzten 17 Minuten, die ich noch aufnehmen kann. Let's go! Let's go! Let's go! Ich habe aus Versehen hier Flashlight aktiv. Wieder da ohne Flashlight. Ready! Ready! Tolley! Enoughrider! Here! Julie! Give me a kiss! Here! Rummy! Here! 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 Glenn! fingertips. Die Musikmisten ist Motivation für mich! Genauso wie the E-Leon. Die sind auch Motivation für mich! Produktivität. Man muss aktiviert, Boom, Boom. Bam, Boom, Bam, 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 Bam. Keeping chw apart! Video Deutschlandsенсperre packed. die und nein ich hab nichts gesoffen ich hab hier weiter ein Amina 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 Let's go Let's go Sina Was, jemand ist in unserer Base? Was macht hier jemand in unserer Base? Das geht nicht Da wurde ja schon eliminiert Auf jeden Fall sehe ich, dass in der Mitte einfach keiner ist Was soll das? Team, nicht nur Basen Oh, Grenaded, Grenaded Spam Grenaded Manchmal wäre so ein Splatoon-Chat So ein Voice-Chat in Splatoon wäre manchmal echt gut Könnte ich mal dem Trottelnitz in meinem Team sagen, dass immer einer in die Mitte kommen soll? Oh nein Oh nein Jemand ist in unserem Team Bam, get wrecked Made Boom, boom, boom Boom, boom, boom Get Grenaded Ah, ich habe hier noch eine Rink-Waffe Obwohl, nein, die Airbrush ist immer noch 2 OP They see me roll and we hate him Oh nein Alter Okay, okay Okay, das ist immer noch der Sieg Der Sieg Hui So So weit bin ich nicht mehr entfernt von dem Aioli Fan Club Leiter So weit bin ich nicht entfernt In diesen 17 Minuten könnten wir es schaffen Wenn wir jetzt viele Matches gewinnen Schaffen wir es noch bestimmen Okay, und jetzt eine Pause Zwischen den Ladezeiten Leute Gleich geht's los Gleich geht's los Gleich geht's los Gleich geht's los Ah ja, meine Lieblingsle Ich habe gar nicht geguckt, welches Level meine Gegner hatten Ich habe sie ganz schlecht Ich hasse es, wenn Leute genau den gleichen Weg wie ich gehen Das ist hier einfärben Nicht anderen Intimekompanen nachgehen Hä? Ich habe den getötet Junge Ich habe den Feuer so kaputt gemacht Dann bekommt er auch noch einen Kill Was soll das? Das ist nicht gut Als ob, Junge Als ob Als ob Als ob, Joppy Boom Bam Noch einen So geht das doch I'm crazy right now Ich unterstütze den noch mal Mit Bomben Hier Wiu Wiu Flitzer Easy Hier ist noch ganz viel Platz Was nicht eingefärbt ist Das geht nicht Boom Shit Shit Wir müssen hier jeden beseitigen und Haus hoch gewinnen Es wirkt gar nichts Gar nichts wirkt hier Man kommt hier nicht durch Unsere Verteidigung ist zu stark Ja Ja der ist schön langsam Das finde ich gut Dass er langsam ist Wir haben sowas von gewonnen So ein Sieg Muss immer so sein Wow Mal gucken was für eine KD ich hab Das ist schon richtig kacke hoch So richtig zerstört Entweder zerstören uns die Gegner Oder wir zerstören die Gegner richtig heftig Oder es ist richtig scheiße knapp Alles klar Ich hab zehn Leute getötet Und nur in viermal gestorben Boah ich bin nur richtig scheiße Ich brauche nicht mehr viel Damit ich jeder Joli-Fanclub leite Das können wir schaffen in den Minuten Und wieder ein bisschen Zeit sparen Leute es geht weiter Ui Lord Ich hasse diese Map Ui ich gehe jetzt einfach auf den Fenster hier ist die Polizei hier ist die Polizei die Polizei die nur kümle Leute durchlässt weee weee sie sehen mich rollen sie sehen meine Rollens, sie lieben ihn sie sehen sie Rollens, sie lieben ihn wirklich wir rasieren, wir rasieren komm, das schaffen wir so haushoch zwei müssen einfach nur hinbleiben oh shit der wurde geraken los schnell einer muss hier wieder herkommen ja hui bombmage nach unten die eine Bombe ist nicht ernsthaft gerade auf diesem äh tor oder so rumgefahren mhm mhm hey was soll das scheiße ich glaube wir wollen gerade auf unsere Base die anderen können weiter vorne bleiben Kalima wii oh nein warte die sind gerade komplett bei unserer Base oh diese Nachos werden so kaputt gehen wie ich jetzt auf Nachos komme frag mich nicht ich weiß selber nicht sind sie tot? ich glaube schon scheiße da einer war voll Ablenkung hui bombmage nach unten am Ende nochmal sterben jo genau und wir haben so haushoch gewonnen so haushoch wie ein Moränturm genau genau so heftig guck hui 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 Und die Ladezeite sparen. Let's go! Oh, hier. Ich weiß nicht, sollte ich offi gehen oder wieder Seiten? Wir retten ja jeden! BAM! Was?! Hey, der war doch schon lange tot! Was soll das? Das ist safe! Oh, hier hinten ist gar nichts eingefärbt! Ich glaube, die Grünen schlagen sich gerade ganz gut, ne? Aber... Äh... Die sind immer gut besser. Vor allem, weil ich hier... Die... 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 Die Mitte gehört zum größten Teil uns und ist auch zum Teil auch nicht eingefärbt. Okay, ich glaube die Grünen sind hiermit vernichtet. Also ich habe hier ein paar Gewinner abgestauft. Wuiiii! Bomben! Die machen ja so einen Spaß hier rumzuwerfen. Bomben werfen! Okay. Oh, die nehmen gerade ein. Bam! Let's go in there. Ich bin wieder hier und nehme bei denen alles ein. Oh shit, oh shit, oh shit. Irgendwer ist in der Nähe. Ja! Nein! Hä? Ich habe ihn doch getötet. Ja, nein, wir haben einen Stein, Digga! Yo, Alter! Yoga wahrscheinlich. Wir haben nicht. Also wir haben so heftig gewonnen. Ich glaube, wir haben hier gerade das 4er Dream Team gebildet. Boom! Also, da kann man natürlich sehen, dass wir gewonnen haben. Ja, das gaben. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich muss mal Zeit sparen. Ja, alle Zeit sparen. Ja, alle Zeit sparen. Leute, ich bin während dem letzten, wahrscheinlich letzten Match, vor meinem Ziel. Das Ziel ist, Aioli-Fan-Club-Leiter zu werden. Das Ziel erreiche ich, wenn ich das Spiel gewinne. Dann habe ich mir ein Ziel erreicht. Wie oft sage ich heute noch mal Ziel? Das wird wahrscheinlich mehrere Folgen noch geteilt in einem Tag. Brandaktuell. Welcher ist heute? Welcher ist heute? Oh, ne. Also, das wird... weil, glaube ich, wenn heute der 25. ist, auf jeden Fall wird er an diesem Sonntag aufgenommen, an dem es hochgeladen wird. Und das schwöre ich diesmal. Ich schwöre... 25. 25. 24. 24. meine ich. Äh, am 24. 7. 2016 wird dieses Video hier aufgenommen und noch hochgeladen. Und das Video hier vor auch. Oh, schade. Auf jeden Fall habe ich hier schon richtig viele Matches gewonnen. Und ich frage mich, wieso... Wieso wurde das hier nicht hergenommen? Los! Go, 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 go. Und dann noch zünden, 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 wiii, party, 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 party. Huiiii! Jetzt muss... Müsste ich eigentlich Aioli-Fanclub-Leiter werden. Huuu! Ja, wir haben gewonnen, das war ja mal klar. Ich meine, dieser Tag war ein skilliger Tag. Ich habe richtig viele Matches gewonnen. Fast jedes will ich jetzt nicht sagen. Oh, ich habe eine 4-4er-KD. Äh, ich bin der Aioli-Fanclub-Meister. Jo, Leute, wir haben es geschafft. Mein Ziel ist erreicht. Leute, das ist ein Traum. So krank hart war ich noch nie. Jo, ich hatte noch nie einen so harten Rang. Und da wir noch ein bisschen Aufnahmezeit übrig haben, sage ich jetzt schon mal im Voraus Tschau. Und... Lass da gerne noch ein bisschen wunderschöne Musik laufen. Hallo, da ist die lebende Musikbox. Ich darf nebenbei ein bisschen Musik laufen. Und ihr könnt euch hier alle angucken. Hier Winning Kelly. Kelly... Kelly... Alle... Alle sind für Kelly. Außer im Haupfer. Hier... Jeder... Hier... Ah, ja! Mein geradeiger Kumpel Kalla... Kalli... Kalli... Mal... Kalli... So... Hier... Hier... Bei Splatfest... Also hier sind es schon der 6. Einige... In... Ich habe noch mal shower können. Untertitelung. BR 2018